Wo lauft ihr denn? So kurz das Gehirn weggebraten So der erste wird verbrannt Der zweite wird verbrannt Der dritte wird verbrannt So, so gefällt mir das, so geht das ganz gut Und der vierte wird verbrannt So Ist hier jetzt nur einer Wollt ihr noch was? Äh, die Sprung waffen einfach nur Na? Okay Wir haben jetzt eine Knarre, das geht alles für einfacher Oh, jetzt schießen die auf uns So So kurz nachladen Ist ja wie Turntum schießen hier Na du, hallo? Ey, jetzt sag mir nicht, ich muss nochmal ab dem Hm Na? Na komm raus da Headshot Gut Wie viele Muni haben wir denn noch? Okay Was haben wir denn? Neue Millimeter Haben wir noch mehr Muni, die wir aufnehmen können? Ne, ist ja alles das gleiche Egal, gut Weiter geht's Gut Okay Das ist ja nur einer Aber das kann man nicht abschießen So, warten bis er vorkommt So, dann geht's weiter Immer schön die Muni mitnehmen Hier, Arschmalen Ah, okay Ah, okay Super, jetzt muss ich dem hinterher rennen Oh, ich sehe hier wieder nichts Ungeschickt Wo ist er denn? Nach hier unten 26 Meter F Gasel Zielen Schießen Okay Verstanden Gut, 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 gut Die haben wir Na, wie wir kommen jetzt hier Passiert dir noch was? Oh, jetzt muss ich dir schon wieder hinterher rennen Wo ist er denn so schnell hin? Wo ist er denn so schnell hin? Ungeschicktheit, na super So 145 Meter Oh, meine Fresse, ey Jetzt verfallen mich da die Bullen, ich muss hinter dem hinterher ok ok wenn sie nichts sind, drücken sie Q, wenn sich die feier grün färbt jetzt hier sind es Q ok 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 so Ja, da liegt das Motorrad, da haben wir so hin. Okay, was soll ich denn mit der Knarre machen hier? Wie kriechen die Sirene aus? Ja, aber wie haben wir doch immer aufmerksamkeit, die wir gar nicht wollen? Okay. See you! Nice to motherfucking me. From tonight on, your partnership with Doll Guys is done. Hey man. Look, I don't do this often, but uh... I'm sorry, I was wrong about you. You show your true colors tonight, brother. Ja, mit dem Kopffahrzeug da in der Garage, auch gar nicht super auffällig, ne? So, Kopf-Erfahrung, naja. Trial-Erfahrung. Sehr schön. Dann können wir... Hier können wir nichts machen, aber... Hier können wir was machen. Spieler leiden weniger Schaden durch Nahkampfwaffen. Gott sei Dank. Das ist das, was sie gebraucht haben. So, wo sind wir denn jetzt hier? Da ist die Garage. Oh, guck mal, hier liegt noch so ein Kaffeechen. Ne? So, 47. Okay, Knarre ziehen, Knarre weg. Warum? Weg mit der Knarre. Da haben wir noch ein paar böse Buben. Die hier? Nein. Da. Guck mal. So, wo lauft ihr denn? So, kurz das Gehirn weggebraten. Okay. Wollte eigentlich nur zu diesem Koffer hier hin, als zu dem Zesor. Können wir uns irgendwo Munition kaufen? Ähm. Massage Salon. Massage Salon. Karaoke. Fahrzeugladen. Parkplatz, Parkplatz. So, fahren wir mal zum Parkplatz. Können wir jetzt hier irgendwo ein Fahrzeug organisiert kriegen? Hier gibt es immer irgendwie, äh. Äh. Ja. Hier, pfunk mal weg. Oh. Da. Okay. also nix hier mit so jetzt schießen die hier haben wir maschinchen und auf geht es ist egal welche ja und natürlich und natürlich muss hinter uns wieder so ein beschissener ok wir wollten zu einem parkplatz hier haben wir auch ein fahrzeugladen und da kommen wir gerade her ok gucken wir uns mal mit dem fahrzeugladen um werden wir jetzt schon ein bisschen ansehen so der ist da unten oh oh ok schön die flöße weggekickt so er ist dieser fahrzeugladen oder was fahrzeug ansehen na gut ansehen nötig drei nötig vier nötig drei ansehen ok alles zu teuer nein alles nicht mein style so drohengrazi so dann haben wir dann wo kops so ich brauche nötig 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 so dann hier die sieben die fünf die vier drei an die vier die zwei und die eins dann ist das hier die eins und dass sie zwei wenn ihr wissen wollt wie das mache schreibt einfach rein denn erzähle ich euch das gut und dennoch schnell nach häuschen fahren und dann auf alle fälle umziehen aber wir haben hier noch was entdeckt haben wir schon die animation beim regen sieht aber auch nice aus du musst es nur noch rutschiger sein irgendwie ein bisschen kompliziert zu handeln so jetzt ist die frage warum kann ich das fahrzeug hier nicht abstellen das egal haben wir es beim nächsten mal nicht mehr jedenfalls die maschine ist geil gut auf zu drogen razzia letzte punkt für heute und dann müssen wir uns noch umziehen und duschen gehen vielleicht so northpool triadenmarkt und dann mal los wer verkauft denn hier oder er oder das hast du richtig war und das so was der andere stufe 4 zapp zu den upgrades alle schienen beim ram an der fahrzeuge werden erhöht und dann haben wir hier bei findet schussfahrt und kofferraum vom polizeiwagen sehr geil das brauchen wir gut wir ziehen wir ziehen jetzt dazu um und dann so torso ja ja wir ziehen mit unseren normalen klamotten an genau hier haben wir auch dieses komische ding so dann nehmen wir uns schlafen und das war schon der nächste morgen aber trotzdem ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch einen schönen abend und tschau tschau ja